Hallo Leute und willkommen zum zwölften Türchen des Adventskalenders. Wir spielen eine Runde Conquest auf dem gomahd.net-server und das Spiel geht folgendermaßen, alle Kommandoposten einnehmen und dadurch Tickets kassieren oder Leute töten und dadurch Tickets kassieren und das Team als letztes Kern der Tickets mehr hat verloren. Außerdem bin ich dabei. Und ich auch. Äh Leute, ich bräuchte kurz Hilfe hier bei... Ja toll. Wissen auch voll wo du bist. Boah wie ich diese scheiß Minentypen haste. LOL. Was hatten die für einen Radius? Ich dachte nur wenn man da drüber rennt. Ja. Ja, aber die hat schon da vorgegangen. Hier haben wir einen Bump. Da ist der Tank, der ganz schön böse ist. Aber wir haben nicht gewöhnt, dass wir ganz schön böse sind. Boah weißt du wovon ich gerade einen Orwurm habe? Hm. Und weil gerade im Radio kam dieses Lied aus Tribute von Panem. Der hat so einen Remix von gemacht. Echt? Ja? Ja. Ich hab gar nicht mehr das Lied davon im Kopf. Ja, dieses mit dem... Ähm... Mit dem... Ja, keine Ahnung. Warte. Äh... Wart ihr denn alle schon in Tribute von Panem schreibt? Seltsame Musik. Seltsame Musik. Keine Ahnung. Ich hab heute nur von dem Video laufen. Ja, ich glaub nicht schon. Vom Hobbit hab ich das Ding im Kopf, aber... Hä? Das ist so ein geiles Lied. Hä? Das ist aber auch schon vom alten Hobbit, ne? Ja, ja. Hä? Wovon reden wir denn? Ja, von dem neuen Tribute von Panem. Ja, von dem neuen Tribute von Panem. Ja, von dem neuen Tribute von Panem. Toll, es gibt nen Klassen. Und das, was die da drin... Das... Das... Das, was die da drin gesungen hat. Nicht die Titelmelodie oder so. Die Titelmelodie. Ach so, dieses... Nein! Das, was die da drin gesungen hat. Dieses Lied von diesem Henker-Typ. Ja, richtig. Ach so. Und da hat einer nen Remix von gemacht. Ehrlich? Ja. Okay. Und davon hab ich den guten Orvo. Die Jungen. Okay. Boah, das hört sich so scheiße an, wie die das im Film singt. Finde ich. Persönlich. Keine Ahnung. Also der Remix hört sich gut an. Wie viele Punkte habt ihr so? Ich weiß gar nicht mehr, warum das geht. Ähm, wird mir gerade nicht angezeigt. Eigentlich in der XP-Leiste. Ach doch, dann hab ich 75. Egal. Oder Polk. Ich hab nicht viel mehr Punkte. Alter! Alter! Was ist denn ein Klasse-Nubi für... Ja, dann kannst du Granate und so rein. LOL! Den kann bestimmt der Supporter machen, ne? Einfach auf den Kuchen klicken. Den kann wahrscheinlich irgendeine Klasse... Der Supporter, ja. Der Supporter, schätze ich. Ja, stimmt. Weil der heißt ja Unterstützer. Boah! Bühlen du Polzels-Unterstützen? Hm. Könnte ich gar nicht sein. Äh, und Snickman. Okay. Supporte morgen den Tobi, ne Tobi? Ja, was? Aber eigentlich... Eigentlich musst du dich ja alleine verteidigen. Ja, das finde ich ganz schön. Das ist von dir, ne? Ja. So, welche Kommando... Wir haben Brücke und so nicht. Okay, läuft. Wir haben fast alle Kommandoposten. Ja, guck auch unsere Tickets an, ne? Welsames Tool dich zu uns, äh. Zahnwert hat mich getötet. So, jetzt ist hier schon die... Hälfte des Adventskalenders rum. Und dann zurück, danke. Ist das nicht das 11. Video? Weil wir heute scheiß... Ui. Haben wir nicht heute den 10. Nein. Guck unten rechts auf dein Bildschirm. Ui, oh. Stimmt. Das ist sehr kompliziert. Geil. Blockmanager am Rad. Genau. Oh. Fuck, ey. Was war das denn für ein paar Mal? Wo ist denn die Laura eigentlich? Die hab ich noch gar nicht gesehen. Euch beide auch nicht. In welchem Team ist die? Ja, die ist in unserem. Die überhaupt in der Runde? Ja, die ist in unserem Team. Ich hör die sogar. Ja, ich hab... Ja, ich hab die nicht gemutet. Achso. Ich auch nicht. Die kann... Äh? Was tut er? Ich hab mich immer noch nicht an deinen Skin, äh, gewöhnt. Ich kann mich immer noch nicht dann, äh, identifizieren. Ja, ne? Ja, ne? Man, ich weiß. Das ist komisch. Und ich die ganzen Scouts, die hier hochrennen von dir ums. Boah, ich werd jetzt auch... Oh ja, wir haben gewonnen. Hä? Lol. Das war ja eine lange Runde. Ja, ne? Ich hab's in den Top 10, ich bin 10 Punkte hinter dem Top 10. Hä, was? Ich hab 200 Punkte? So, ich hab's noch bekommen. Dann sind wir gleich in ner neuen Runde. Bis gleich. Leute, du... So, da sind wir wieder. Die ist mal auf Rot. Und der Torben ist in einem anderen Leben. Aber mal gucken wie es läuft. Da sehen wir den richtigen Torben. Hi Torben, sag Hallo zu der Granate. Hi, sag Hallo zu meiner. Aua. Aua. Ich hab mich ja nicht bekommen. Die Granate hat mich nicht ansatzweise berührt. Du mich ja auch nicht, oder? Nee, ich hab's nicht leider nicht gemacht. Die hier wieder alleine an einem Kommando-Post. Nee, deine Granate hat mir gar nicht getrunken. Sind denn alle, ey. Hehehe. Hui. Becker, du hast einfach mal easy durch Feuer gewandt. Da hat man gedacht, YOLO, wir sind schon nicht verbrennt. Oh, sind die viele. Oh, ich bin tot. Ich verbrenne. Wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, dann... X-Wing, wo ist der? Okay. Wo bin ich hier? Ach so. Ich hab mir auch... Trenne ich einfach mal durchs Feuer. Okay, nie bei X-Wing einsteigen, Flo. Ich renne sowieso immer. Ah, ich hab einen Müll von euch zerstört. Besenkammer. Was? Was ist das denn für ein Müll, die Besenkammer? Wo bin ich? Hier kommt man gut raus. Oh ja, die Granate muss... Hä, was? Wie viel Damage macht ein Archer mit seinem Holzschwert ohne Mist? Was ist denn bitte schön eine Besenkammer? Das ist in ähm... Harry Potter. Du kennst ja... Autsch. Boah, scheiße. Du bist ja richtig schlecht. Wir waren nicht vor diesen Scheiß. Komm, mach mal kurz eins zu nehmen. Einzunehmen. Äh, Bock noch im Boden. Äh, Banker. Ich steige bei dem Banker Süd. Ja, hab mir auch so gedacht, ey. Ihr habt volles... Oh, hi Laura. Hi, hi, hi. Oh, jetzt bist du tot. Das ist bitter. Was? Wenn man dich töten will. Graben. Ah. Das Torben. Da hinten ist ja ein Kommandoposten. Und da. Ja. Hi, Flori. Hinter... Dir. Hinter... Dir. Ja, komm. Hat geleckt. Drei angreifend. Ja, und ich hab den Geh gekriegt. Ja. Erstmal wieder euren Refill zerstören. Hä? Hä? Wie sehen die Richards aus? Die Kuchen. Ja, einfach abbauen. Ja, wo sind die denn, Flo? Bei uns? Die kann die ansetzen. Ja, jetzt gibt's keinen mehr. Die kann irgendeine Klasse wahrscheinlich so körperlich... Ich hab alle abgebaut. ...setzen. Die werden dann auch wieder Leben aufgefüllt. Ne, die leider nicht. Äh, ne, aber... Aber hier Granate. Oder was auch immer du hast. Ja, Flo, Bunker-Nord wird angegriffen, ne? Ah, da. Ja, keine Ahnung. Ich nehm grad mit Laura einen neuen. Ach so, da muss man ja warten. Schade, ich dachte, sonst hätte ich hier jetzt Granaten gespielt. Hi, Florie. Hm, wie geht's dir? Okay. Komm Laura drauf. Ja, ich mach euch beide auch plat, ne? Oder auch nicht. Nein, nicht jetzt vorher auch. Ich bin so ein behinderter Junge. Laura auch. Laura ist down. Oh! Einen hab ich da auch gekriegt. Äh, nicht schlechter. Hast du die Laura gekriegt? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Was ne Frage. Ja, ja. Selbstverständlich, ja, richtig. Puh. Die lass ich mich nicht weg... Ach. Krieg ich den? Ja, hab ich. Boah, ja, da kommt direkt der Nächste. Ja, dieser Scheibsteuerpfeil schiebt. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das nennt sich Sniper. Hätte ich die Fahrradkette. Äh! Bin gestorben, als ich von dem Finger runtergesprungen bin. Woah, sind hier viele. Michael. Huiiii. Ja, geil. Gegen vier Leute, oder was? Da. Hi, Tobi. Seh dich weg, denn. Nein, er hat mich angezündet. Ich bin tot. Oh mein Gott, den hab ich auch noch bekommen, Alter. Ich bin hier richtig gut gerade gewesen. Hi, Laura. Ich steig doch nochmal X-Wing ein und bewege mich dann da an. Weil ich ja jetzt weg... Die Rüstung ist natürlich... Ich find schade, dass die Rüstung beim Scout so schlecht ist. Wer die einen Ticken besser, dann wird man dadurch mehr Leute killen. Oh, ja. Die hat nur drei Rüstungspunkte. Äh, ist schwach. Oh, oh. Alter. Ja, Standbild. Läuft. Alter. Ich hatte drei Standbilder, aber ich... Hä, wie hab ich dich gekillt? Hä, da frag ich mich auch. Okay. Hex. Ja, ich hatte Standbild. Ja, Alter. Ja, Alter. Hast du dir immer noch Badwoss an, Tobi? Du hast... Du hast bei mir in die Luft geschlagen und dann bin ich auch immer tot gewesen. Ja, weißt du was, Tobi? Hey, Tobi, hast du die noch von Badwoss an, oder was? Was? Hast du die noch von Badwoss an? Alter. Lass. Ach ja, ich komm, sorry. Du, wenn du sprichst, bist du beim Scout langsamer. Loll. Jetzt bist du tot. Yes. GG. Ey, im Herzen hab ich gewonnen. Alter. Ich wurde erster schon jetzt. Ja, erster. Okay, Leute. Dann würd ich sagen, wir sind Level 9 Scout. Äh, aufgestiegen. Ähm. Und ja, dann würd ich sagen wir noch eine ganz gute Runde. Erster. 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 Verast. Erster. War im falschen Team. Erster. Erster. Ich hab dich schon. Tschüüss. Also dann Deadline. Ich hab dich schon. Tschüüss.